Hallo Leute, es geht weiter mit Final Fantasy 7. Ich lauf, 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 denn ich habe keine Lust sofort wieder zu kämpfen. Anscheinend ist ja immer noch ein weiter Weg hier vor uns mit unseren Kisten und unseren Monstern und... Impfstoff. Was kann ich denn mit meinem Impfstoff machen in diesem Spiel? Das Impfstoff beugt anormale Zustände vor. Das beugt es vor. Das ist ja auch mal interessant. Also muss ich das Zeug nehmen? Ach nö. Möchte ich den überhaupt? Ich weiß, es ist doof, aber ich mache hinter der Runde, denn ich kenne das Vieh. Und ich weiß, dass man gegen den sehr, sehr schwer nur was ausrichten kann. Wenn er das ist, der ich denke, dann macht er wesentlich, wesentlich mehr Schaden als wir. Ich weiß es nicht. Ich probiere es einfach nur mal aus. Ich weiß, es ist ultra übertrieben mit Ritter der Runde, aber ich glaube, so bin ich auf der sicheren Seite. Also das Ding kommt halt immer näher. Und wir können halt immer, wenn er das halt ist, kaum was ausrichten. So ist es zumindest in Final Fantasy VIII. Und wenn er aber dann bei einem ist, dann holt er einmal sein Messer raus und macht halt direkt 9999 Schaden. Damit wären wir dann halt auch echt sofort tot und können eh nicht viel ausrichten. Ich könnte jetzt halt auch eine Materie nach der anderen holen. Aber ich glaube, das würde nicht viel helfen. Oder er ist es halt nicht. Kommt auch nicht auf den Nahen. Wieso komme ich nicht auf den Nahen? Er ist auf jeden Fall besiegt. Das ist schon mal gut. Wir haben ein bisschen Gel bekommen. Ach, naja. Also, ich weiß auch nicht. Es gibt in Final Fantasy VIII so eine Stelle, wo wenn man den Typen besiegt, dann gehört er einem auch. Also, dann ist es eine Beschwörungsmaterie, ja. Es nervt mich jetzt gerade, dass ich nicht an die zu doofe Kiste komme. Ich weiß gerade nicht, wie ich da rankomme. Und riskiere hier ständig irgendwelche Kämpfe. Das finde ich echt blöd. Das finde ich nicht. Das hat ja kaum was gebracht. Ja, lass es bitte so ein Tod auf Zeit sein und nicht der sofortige. Danke. Ja, unsere normalen Schläge hauen ja gerade mehr rein als die anderen Sachen. Ultima kann ich nicht machen. Ne, Eis will ich. Jetzt mache ich Eis 3, obwohl ich gerade Shiva gemacht habe. Aber egal. Aber bei ihm ist es, glaube ich, wirkungsvoller als bei Tifa, genau. Bei Cloud ist die Shiva ja schon auf Master, während sie bei Tifa halt bei ein oder zwei Sternen oder so ist. Ich weiß nicht, wie ich hier oben rankomme. Ich weiß nicht, wie ich da rankomme. Sorry, ich werde jetzt von der Kiste gleich weglaufen. Ist mir scheißegal. Sonst mache ich hier Einkaufen nach einem anderen und draufgehen habe ich echt keinen Bock. Was willst du, du Kessel? Warum willst du mein Elixier immer? Ich will dir keins geben. Hilft denn hier eigentlich ein normaler Zauber? Habe ich das schon ausprobiert gehabt? Ne, und was macht man, wenn man keines hat? Kein Elixier? Was ist dann? Toll, da stiehlt mir Sachen. So ein Arsch. Warum stiehlt es mir meinen Graviball? Kriege ich meinen Graviball jetzt wieder? Ja, danke schön. Er hat ihn gestohlen und wir haben ihn uns wieder geholt. Unverschämtheit. Turbo-Ether, das finde ich gut. Die finde ich gut. Ich weiß nicht, wie ich an die Kiste komme. Ich will die Materia da oben haben. Die ist viel wichtiger, glaube ich, als die Kiste. Materia-Schild. Das klingt gut. Sie ist schon wieder traurig. Ach, Schild, 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 Schild. Schild, Mann, haben wir viel Kram hier gerade. Anscheinend können wir jetzt gerade von allen was nehmen. Also nur mit denen, denen wir kämpfen anscheinend. Jetzt sieht jedenfalls so aus. Da ist Schild. Was kann das denn? Shiva, Kälte, Genesung, finde ich gut. Gegenangriff ist eigentlich alles super ausgerüstet so. Ich bin eigentlich zufrieden. Ich könnte ihr vielleicht gerade während ich eh... Ja, ich gebe ihr jetzt einfach mal Schild und ich gebe ihr kurz währenddessen Rauben. Weil hier kommen gerade die ganze Zeit so diese ganzen Viecher und vielleicht können wir denen wenigstens ein bisschen was klauen. Weil wir ja auch ganz schön viel immer... Ja, ist okay so. So, ihm gebe ich jetzt mal so einen Turbo-Ether. Hast du dir verdient. Und du bist mal wieder glücklich jetzt. Kann ich aber gar nicht ab. Sei glücklich, Tifa. Auch noch Angriff von beiden Seiten. Und die sind ja mal nicht ohne. So, nebenbei. Wenn du mich weiter angreifst, bin ich tot. Ja, danke. Ich bin tot. Gar nicht gemein. Super. Gegenangriff wenigstens zwischendurch noch gemacht. Und wiederbelebt. Nicht Tifa. Nicht... Oh, Tifa beschützt ihn automatisch. Shit. Kann ich sie die ganze Zeit wiederbeleben? Das sehe ich schon kaum. So, Ramo. Komm. Wir haben keine Zeit für so einen Schnickschnack. Nein, 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 nein. 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 Fuck. Fuck. Und ich habe nicht gespeichert. Scheiße, ich muss alles nochmal machen. Bis gleich. Ich freue mich nicht. So, endlich habe ich es geschafft. Und bin wieder da, wo ich hin wollte. In der Höhle. Und wir können jetzt endlich weiter. Der hat ja mich nur tausend Stunden gebraucht, um hier hinzukommen. Da hinten noch was auf der anderen Seite gewesen. Oder ist es richtig, dass ich jetzt hingehe? In das Licht. des ewigen Lichts. Materia Conta. Hatten wir die nicht schon? Wo hüpft er denn hier rüber? Hä? Aha. Okay. Gut. Materia Conta bekommt. Was ist hier? Glückskapsel. Ich habe keine Ahnung. Also. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, Conta. Ist das dasselbe wie Gegenangriff? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe mal unsere ganze Materia hier geordnet. Und wir haben ja eine ganze Menge, was wir nehmen könnten. Aber ich will das alles gerade gar nicht nehmen. Ich will gerade wissen, wo Conta ist. Conta, 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 Conta. Ja. Gute Frage. Ich weiß gar nicht, was stärker ist. Conta. Gegenangriff oder Conta? Ich habe keine Ahnung. Hm. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass das andere einfach gerade auf Master ist. Deswegen lasse ich das mal. Wo sind Kate Smith und die anderen? Weiß ich nicht. Können wir hier runter? Können wir da jetzt doch noch rein? Er geht da nicht rein. Wo können wir denn dann hin? Hä? Geht er wieder zurück? Ach nee, wir können hier links lang. Okay. Hallo. Sind wir spät dran? Jo, ein bisschen. Du bist so grausam, Cloud. Ich dachte eigentlich, ich müsste jetzt mit den anderen auch nochmal kämpfen, um zu gucken, wo die überhaupt langlaufen. Aber, naja, haben wir diesen Weg genommen. Der Mittelpunkt des Planeten. Hier, Cloud. Abwehrkapsel. Das ist's. Nein! Ich wollte doch gar nicht weg. Ich wollte doch noch mit euch quatschen. Hey, Cloud. Das habe ich unterwegs gefunden. Speed Cups. Ach so, das haben die anderen gefunden. Was hast du für mich? Cloud, das habe ich gefunden. Hey, Cloud. Das habe ich gefunden. Okay, das haben die alle gefunden. W-was? Ach ja, Juffi. Hast du gar nichts gefunden? Gut, okay. Hier, Cloud. Letztes Elixier. Vielen Dank. Aber ich habe es gefunden. Gib's mir zurück. Wenn du damit fertig bist. Gib darauf Acht. Mega alle. Oha. Ja, und... Was... Mit wem kämpfe ich jetzt? Also, ich meine, mit Cloud auf jeden Fall. Das ist schon mal klar. Aber... Mega alle? Mega alle. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte eigentlich mit allen kämpfen. Lasst uns aufbrechen. Nein, noch nicht. Was weiß ich denn? Ich weiß es doch nicht. Wenn ich jetzt hier zurückgehe, was ist dann hier nochmal? Hm, dann komme ich da hin. Ich will speichern können. Und ich kann nicht speichern. Das ist der Kack nämlich. Und ich möchte gerne meine Materia untereinander austauschen können. Was ist denn bitte mega alle? Ich weiß doch nicht alle Materia mehr auswendig. Und dieser doofe Quadrat-Zauber, der ist überhaupt nicht hochgegangen in den letzten Kämpfen. Aber naja. Ich werde jetzt einfach mal den... Nehme ich den raus? Nee, ich lasse den MP-Turbo mit Ritter der Runde drin. Ich glaube, da hatte ich mir irgendwas dabei gedacht oder so. Das wird wohl alles so bleiben müssen. Hm. Ich hatte hier ja noch ein bisschen rumgeschraubt. Ich würde ihr ja auch sonst gerne... Ich gebe ihr mal gerade Phönix. Das gefällt mir gerade besser. Wenn das geht, würde ich es gerne machen. Geh mal runter. Statt einfach mal Ramo gebe ich ihr Phönix. So. Da fühle ich mich irgendwie besser mit. Das ist auch in Ordnung. Wiederbelebung lasse ich auch trotzdem nochmal drinnen. Ich lasse es jetzt einfach mal so. Auch wenn ich weiß, dass es alles nicht optimal ist. Aber irgendwann muss man einfach weiter. Lass uns aufbrechen. Nun Leute, lasst uns aufbrechen. Verdammt, schon wieder? Red nicht wie ein Schwächling. Kannst du nicht einfach los jetzt oder sowas sagen? Äh, los jetzt. Ha, süß. Was? Sieh mal, wie viele. Oh, verdammt, sie kommen in voller Stärke. Cloud, geh du zuerst. Ich kämpfe hier mit. Halt die Klappe, du Idiot. Das bringt uns gar nichts, wenn jeder hier bleiben will. Barrett hat recht. Du nimmst zwei von uns mit und gehst voran. Der Rest stählst später wieder zu euch. Wie eine Übung, bevor es ernst wird? Ja, die Generalprobe. Hey, hey, kein Problem. Macht wahrscheinlich mehr Spaß, hier unten gegen Sephiroth zu kämpfen. Hm, vielleicht eine gute Art, sich die Zeit zu vertreiben. Sie kommen. Sie sind schon im Stockwerk neben uns. Cloud, entschließ dich jetzt. Okay, dann lass ich's das mal so sein und nehm noch jemanden dazu. Wie nehm ich denn mal dazu? Ich glaub, ich möchte Vincent dabei haben, obwohl ich Sid auch ganz gut finde. Ich nehm mal ausnahmsweise Sid. Den nehmen wir so selten. Den nehm ich mal dazu. Ja, genau. Kann ich denn noch seine... Nein, kann ich nicht. Ich hätte gerne seine Materie noch mal überprüft. Jeder von euch. Bis später. Ja. Ja, später. Kann ich noch mal gucken? Ach, ich darf noch mal rein. Ja, das find ich gut. Dann kann ich ja jetzt noch mal bei ihm gucken. Ach, der hat ja gar nix drinne. Uha. Ne, das ist nicht gut. Da muss ich ja was ändern. Moment mal Leute, dafür mach ich mal eben Cut, sonst schaff ich den Kampf gleich in diesem Part wahrscheinlich nicht mehr. Bis gleich. So, ich hab das jetzt ordentlich ausgerüstet, sodass ich keine Zeit hier jetzt verschwenden musste. Und es geht direkt los. Ich hab, ähm, Sid einfach mal beide Bahamuts gegeben. Und ich beginne mal hier mit Shiva. Ich weiß gar nicht, was das hier für ein Vieh ist. Aber ich merk grad, dass der nicht schlecht ist. Und ich hab Sid auch mal hier unsere Barrieren gegeben. Die ich sehr wichtig finde. Und zwar auf alle immer direkt. So sind wir immer ein bisschen mehr geschützt wie vorher. Ich hab vor allem nicht immer gar keine Schutzzauber benutzen können. Das war immer ziemlich blöd. Weil ich teilweise auch gar nicht die Materie dann hatte. Jetzt hab ich das geändert. Was ich sehr gut finde. Wir haben aber gar nicht mehr so viele Minuten. Ich werd also den großen Kampf vielleicht nicht schaffen. Es sei denn, diese Kämpfe hier, die gehören schon dazu. Hexenkessel gestohlen. Ah ja. So. Was auch immer das Vieh macht. Zauber Barriere muss ich noch machen. Oh oh. Hm. Was kommt jetzt auf mich zu? Oh. 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 Feintechnik Pandora lernt. Das find ich gut. Auch das hab ich Sid gegeben. Dass er Feintechniken lernen kann. Oh. Da bin ich echt super froh drüber, dass ich die nochmal reingepackt hab. Die Materie. Wenn man sie nicht drin hat, lernt man natürlich die Dinge auch nicht. Ist jetzt eigentlich jemand tot? Nee. Und es geht eigentlich noch. Ich würde sagen, du machst einmal... Heilst mal den guten Sid. Der hat das gut gemacht. Ist ganz gut, den bei uns zu haben. Wo geht's weiter? Hallo. So. Und der nächste Kampf. Na, den kennen wir doch auch. Ich werde einfach mal den Taifun hier machen. Den haben wir schon lange nicht gehabt. Und, äh... Ja, ich weiß nicht, was ich hier als nächstes mache. Ultima vielleicht mal. Viermal Ultima. Den Taifun hatten wir schon lange nicht mehr. Ob der bei dem was ausrichten kann, ich weiß es nicht. Oder wie viel er an Schaden anrichtet. Und das war ganz gut. Macht nicht so viel Schaden Ultima, wie ich es mir jetzt erhofft hätte. Aber ist ja nicht so, als würde er gar keinen machen. So, das hat jetzt schon mal den Schaden ein bisschen abgefangen. Und wir machen mal eine Limit mit Sid. Hörst du mal auf, mir wehzutun? Na, das lief doch ganz gut. Super. Da freue ich mich. Eine Phönix-Feder haben wir auch bekommen. Wir haben ja genug verloren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part von Final Fantasy 7. Hier geht's echt heiß zur Sache langsam. Bis dann.